so freundlich sollten oder einen zu allem ja das auch dabei unterschreiben von Gott ja weil er noch heute aufnehmen will mit seinem Bruder ich bin jetzt noch ein kurzes war schmerz du sagst mir aber was ich da machen soll wie gesagt meint ja ich weiß immer noch nicht übernehmen ich habe eine gute Taktik am Anfang du brauchst zweiter bleibt er ist und im Tempel in welcher und dann dann ist du erst mal zweite bleibt ist dann im Tempel wie ich gesagt okay ich hab zwar schon mal experimentiert normalerweise immer erst Tempel dann Supply Pad aber es ist andersrum viel sinnvoller interessanterweise ja ich mache normalerweise ursprünglich habe ich mal gemacht Supply Pad, Tempel, Supply Pad aber du meinst gut probierst du mal auf die Weise Lager, Lager, Tempel und die restlichen Hundertressourcen spare ich mir erstmal kurz du brauchst halt das was oben ist sag ich jetzt mal oben links im Tempel das musst du erforschen zumindest muss ich zwar die Einheiten aufbessern sozusagen ja es wäre bei mir was wäre das bei mir Geburtsrecht? ja da kann ich erst nachschauen wenn der Tempel fertig ist bei mir ist das Heiligsopfer bei mir ist es Geburtsrecht Erbe und wenn du jetzt 150 hast dann baust du ne dann baust du ne Fabrik ein früher Schlag würde ihn abtreffen ok dann sammelst du weiter ein das ist so der einzige Nachteil den der oder einer der mehreren Nachteile die der Häuptling die mit den anderen anderen Liedern hat ist Chopper haben halt keine Hanonen vor allem verramt dafür sobald sie Hanonen haben sind sie nem Ghost überlegen ja gut aber die Ghosts sind total schwach so jetzt habe ich wieder 200er irgendwas dann wartest du einfach weil der Prophet muss ja sowieso erst oder der Chief denn in meinem Fall komm jetzt bei meinem Tempel wird gerade erst gebaut du kannst zum Beispiel jetzt upgrade einfach mal naja heiliges Lager kann man da nicht upgraden genau wenn wir das Geld noch nicht haben ist auch egal brauchen wir auch nicht erst mal erst mal nur Ressourcen sammeln ja auf welchen wollen wir gehen auf auf Forge oder auf Cutter auf Forge Forge ist der Grüne genau ja Forge schnell ausschalten kann er keine Panzer machen und so gesehen ist Cutter dann nicht mehr gefährlich Anführer Tempel ist vollständig bei mir ich habe mal kurz Forge aufgelegt dann kann ich auf Letzte Flypatting klatschen oder ne ich hab Cutter aufgedeckt so ähm wir machen Basissammelpunkt in deinem Teleporter ja sowieso jetzt tu dein jetzt tu dein Leader ungefähr warum nicht hier positionieren mit mir ja an dieser Stelle vor der Basis aber nur knapp vor der Basis ja gut gut mein Chief denn geht dahin natürlich und dann lässt du hier macht jetzt die Verbesserung bei mir ist das heiliges Opfer das was direkt links neben Teil eines Zweifels ist ja aber ist das bei mir was tut das erbe geburtsrecht und das letzte war sollst du dich auswendig aufsagen was tut erbe erbe versiegt im Gravitationshandel mit einem Betäubungseffekt das ist schon mal naja kann man haben die Einheiten so ich habe jetzt meinen ersten Tank schon gebaut soll ich Rays machen ne ja du sollst Rays machen genau du baust 2 Rays oder so und dann kommt schwerer Schild das ist das gute an den Rays die kosten 2 350 aber schwerer Schild kostet gerade mal 200 und das ist sehr wichtig das ist eine gute Aufpassung vor allem eine richtig geile Sache jetzt kannst du halt noch dein Ghost zum Beispiel hierher zu und zum Beispiel ja das bringt nicht viel weil mein Ding ist nicht wehrhaft ja gut das ist natürlich recht ich sammle dabei noch mal ein bisschen was ein nicht alle Einheiten ich habe wieder alle Einheiten macht der Gewohnheit ne ja macht der Gewohnheit ne ne hab ich noch nicht mal aber Flammenwerfer oh böser Fehler na gut ich habe jetzt genau ich habe jetzt 2 Rays wie viele Rays hast du? auch 2 die müssten bei dir also einer ist schon da der zweite wird gerade gebaut und ist fast fertig also zu dreiviertel fertig schwerer Schild kommt direkt dann hinterher so schwerer Schild ist in der Arbeit dann mach ich erst schweren Schild ähm dass ich das so sinnvoller finde aber ähm wir haben den Scouter den Feindlichen das ist eigentlich relativ furcht ähm ja so das bedeutet jetzt jetzt können wir angreifen ich bin auf dem Weg da einfach mal auf Cutter drauf kommen nach 3 Minuten 3 Minuten 4 Minuten haben wir jetzt gerade auf Cutter drauf Forge auf Forge ja Entschuldigung Supply Pads nie oder erst auf das was er baut ne nicht auf das was er baut erst auf die Einheiten erst auf die Kaserne erst auf die Kaserne erst auf die Kaserne die Kaserne und auf die Einheiten ja er macht doch wie kann man tatsächlich so dämlich sein äh und deswegen brauchst du den Betäubungseffekt weil du machst jetzt richtig Schaden gegen Einheiten so dann hauen wir hinten auf die Kaserne drauf weil die Kaserne ist gegen Einheiten wird der Brute Häuptling richtig lustig wenn ich glaube ich die nächste Aufbessung habe dann zieht der Hammer die Gegner so richtig an Es ist halt so Quasser du musst jetzt noch einmal eine Sache später upgraden den Tempel einmal upgraden und dann kannst du diese Plasma-Zusatz erforschen für die Wraith das ist ziemlich gut so ich krieg grad noch ein Wraith hau du mal hinten drauf hau mal auf die auf die Infanterie drauf wenn ich nicht die Basis konzentriert aber hier hinten sind ja noch welcher ist recht ja weil die gehen und die gehen wir dann noch ein bisschen auf die Nerven die machen die Schilder noch ein bisschen satt ähm ich mach schon ich hab da jetzt auch mal ein bisschen drauf mir kommen jetzt halt immer mehr Wraith weil von mir auch ich bin immer am Nachpunkt hier bin und das ist die Variante mit der ich eigentlich immer spiele er baut wieder was er baut nicht okay immer auf die Supply-Pads zuerst drauf schlagen warum ja dann keine Ressourcen mehr niemals auf den Reaktor weil der Reaktor der Reaktor ja der verbraucht einfach viel zu viel dann auch ich mal gerne ich mach mal kurz zwei heilige Lager ich denke die vier Rays sollten den Zweck nicht ganz wieder füllen der Fall auf die Basis drauf hat immer erst die Gebäude weil die Basis geht viermal schneller down du siehst da diese weißen Striche bei der Basis je mehr Gebäude stehen umso genau umso mehr weiße Striche hat es und je wenige Gebäude es sind Reaktoren komischerweise zählen da irgendwie nicht dazu weil doch anscheinend schon aber Reaktoren nie auf den Reaktor schießen und der hält einfach viel zu viel aus ich greife auch eigentlich das verbleibt ja dann ich weiß nicht warum man ihn häufig auf den Reaktor einhämmert jetzt kannst du auch zum Beispiel deinen Vortex mal upgraden ja gut dann hau ich jetzt mal hauen wir erstmal alle auf den Reaktor ich glaube Ortex wird abgeraillt ich glaube der ist sowieso schon am Arsch weil ja genau und dann tauchen wir weiter auf die Gebäude drauf das ist sehr sehr wichtig das sei klar das sei das sei das sei das ist aber ein Geschützer meine Basis sind nur aus Sicherheitsgründen ich hätte vielleicht auch raten mal ein Geschützer zu bauen so wenn das letzte Geschützer wenn das letzte Gebäude down ist müssen wir sehen seine Basis und der ist eigentlich im ungeschützlichen Zug ja was will er jetzt eigentlich noch jetzt kommt auch noch mein Laserstrahl guck dir das an also hier hat mein Vortex noch keinmal eingesetzt gehen wir gleich weiter zu Katta oder auch Zeit ja natürlich natürlich der hat jetzt wahrscheinlich Geschütze der hat genug Zeit gehabt wenn er jetzt keine hätte wäre ich irgendwie enttäuscht er hat keine er hat keine bin ich aber enttäuscht bin ich aber sehr enttäuscht aber er hat das Vornetz ich spare jetzt hier auf meinen Sattel wenn deine Hörner sich nicht für uns interessieren so ja mach du mal das Hornet weil das langweilt mich grad ein bisschen Entschuldigung ich hab deinen Ding mit dir genommen scheißegal das ist auch so ziemlich die schlechteste Einheit die ich habe oh ey 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 erst auf seine Lufteinheiten erst auf seine Lufteinheiten was er oh da hinten ist das Luftdepot ja ich seh's da muss drauf 10 Sekunden mal kurz der baut da gerade so dann mir ist von uns gewöhnt sein dass wir mit dem Laser vielleicht ein klein wenig der Laser der macht nämlich dann doch ganz gut Schaden gegen Gebäude deswegen ist er sehr sehr effektiv äh Freunde so hier gegen Supply Pad er hat das Rupter geschmissen das wird ihm nicht viel nutzen zumindest jetzt nicht gegen uns ähm so ein neuer Raid ist in Arbeit äh ja gut er hat halt Tech-Stupe 4 Mann er hat halt ohne Scheiß Tech-Stupe 4 aber es bringt ihm nichts ist wie sie sein könnte es ist eigentlich einfach nicht vom Belang Leute weil ja man hat das die Taktik die ich öfter spiele wenn ich Halo-Rore spiele eigentlich spiele ich immer den Taktik mal ich bin in die ich bin in den Einflussbereich der Scheiß ist das Rupter reingelaufen nicht auf die Basis direkt auf die Gebäude dahinter ja was ist denn los mit Iron Maid ne Vortex ist los Mann so ja genau Iron Maid macht's vor so muss das sein so muss das gemacht werden so auch keine Ressourcen mehr jetzt ist eigentlich der Weg für mich äh frei geworden das ist einfach mal mein Läderstreit zum Beispiel ausrichten kann und äh ja ja genau Geburtsrecht ist das nächste Ding für den äh Häuptling beendet Leinwollte das ist dann richtig schön äh anzieht er hat noch zwar noch ein paar Einheiten deswegen gehen wir hier nochmal vorbei ja und sagen mal äh ich sag mal Hallo zu haben sie jetzt haben sie eine Mindestzeit oder? um über dieses Blödsinn zu sprechen äh äh sieht aus als wäre das Spiel vorbei was ist das denn hier hörst mich noch ich glaube nicht dass der Iron Maid rausgeflogen ist ja Bro ist der Iron Maid rausgeflogen hörst du mich noch? so irgendeine Party äh gerade nix mal an ja das kann immer passieren geil Geil Kommunikation ist jetzt wie immer am Arsch das heißt äh äh und nie so müssen wir schon wieder kümmern wieder zu Iron Maid in die Party reinzukommen auch wenn der gerade irgendwas erzählt ähm eine Basis wird zerstört okay so da bin ich wieder ja endlich ich bin echt aus der Party geflogen jetzt bin ich wieder in der Party drin ja das habe ich nicht mitbekommen weil ich keine äh die Basen haben hier wo es teils zerstört wir können wir keine Notifikation deswegen weiß ich es nicht äh das ist immer ganz frech natürlich okay jetzt gehe ich wieder zwei die Welt das ist äh ja Cutter das heißt Forge Forge hat irgendwo noch eine scheiß Basis hier hinten man kann ja dann werden wir fort schon mal versuchen äh natürlich zu holen äh ich schicke mal meine Einheiten entlang irgendwie wissen meine Einheiten gerade nicht wo sie hin sollen sind zu je Geburtsrecht ich bin ich bin ich bin ich bin ich kann mich nicht bewegen weil deine Einheiten meinen den Weg verspören so jetzt wissen sie was sie wollen natürlich stecken sie auch in Iron Maiden Einheiten fest die nicht wissen was sie wollen ich weiß zwar nicht was Iron Maiden jetzt gerade schon wieder macht während er ein Strategiespiel spielt mit dem wir gerade schon wieder redet oder so aber das ist auf jeden Fall nicht gut wenn wir auf Youtube spielen meine Meinung nach was hast du da schon wieder dann natürlich äh hier oben das ist äh Alter man im Ernst durch 5 Wraiths und einem Anführer war die Sache geregelt ja 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 da ja 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 ha ja ja mit schaden nun der Worte explodiert und das war es auch schon der Euro die Lütsamkeit dass sie in Ordnung zehn oder weniger Scores gegen Helden auf der ihr zielt ja wie man sich mitbekommen auf dem Weg hat sich das gestrichen hat das hat sich dann noch das ist die Gare ein Römer sieht man wenn wir sie ist auch immer manchen und ich habe das sehr sehr bewandert obwohl ich nur 9 kurz erstellt haben und schalten gut verloren 6 in die Gebäude verloren müssen Gebäude vernichtet der Kampf und auch Wirtschaft guter Teil mehr weil er hat die Heiligen Lager ich habe normale Lager gehabt hat auch wieder mehr Kisten eingesammelt aber ich habe immer die meisten Kisten naja außer dieses Mal hat Forge ist mir gesagt blöd ist jetzt natürlich ich weiß nicht ob der Iron Maiden mich noch hören kann ja ich kann ihn noch hören anscheinend kann er mich nein anscheinend nicht ich weiß nicht dass die Aufnahme beendet ist läuft die Aufnahme noch weil er ja aufnimmt das ist ein bisschen problematisch ja ich habe vergessen ein Mikro wieder einzuschalten nachdem ich kurz was geregelt hatte weil es ein bisschen nicht beschert ich habe dich ungefähr die letzten 5 Minuten nicht mehr gehört und ich habe nicht gezeigt was los ist man wir haben vergessen ein Mikro wieder einzuschalten aber hast du geantwortet auf das was ich gelabert habe ja ja hab ich das ist das ja echt nicht ich habe nichts gehört ich habe einfach nur ich dachte ja vielleicht ist der Leit wieder ja gut aber ihr seht das ist die Rush Taktik wir haben gewonnen in unter 10 Minuten oder ach was weiß ich ich habe nicht drauf geachtet aber wir werden einfach mal im Video das dann sehen damit wiedersehen Freunde sorry und Iron Maiden natürlich das kann ich ruhig auch selber sagen so selbstständig bin ich noch Iron Maiden sagt tschüss Leute dein Bro aufnehmen ja aber trotzdem kann ich noch selber tschüss sagen macht's gut tschüss tschüss